Tja, Hauptproblem ist, wir können jetzt von allen Ecken und Enden angegriffen werden. Was ist euer Begehr? Das ist nicht weit. Alles klar. Die Ruhne ruft. Seid gegrüßt, Freund. Ja, okay. Gut euch zu sehen. Der hat doch nichts mehr zu sagen. Er auch nicht. Was ist unsere nächste Aufgabe? Befertigte Festung U dran. Ah, die liegt irgendwo da unten. Genau, hier. So, erstmal eine Holzfällerhütte. Was wünscht die Ruhne? Folgt mir. Sofort. Das Bauwerk ist vollendet. Und los. Ja. Folgt mir. Bereit. Sofort. für den Orden. Für den Orden. Hier. Sofort. Mir nach. So, die beiden Orks waren jetzt kein großes Problem. Ach, da kommt noch einer. Folgt mir. Zur Stelle. Was ihr wollt. Bereit. Auf meinen Befehl. Hier. Die Ruhne ruft. Zu Befehl. Für die Ruhne. Ja, ich sollte gucken, dass ich den Fluss halte, während ich eine Armee aufstelle. Was ihr wollt. Sprecht. Auf der Stelle. Ja. So, bauen wir gleich mal einen Teils auf. Meine heilige Pflicht. Stehe bereit. Auf dem Weg. Alles klar. Okay, der Ork-Posten, da kann noch ein Problem abgeben. Müssen wir auch hier unten alles wegräumen. Wie ihr wünscht. Was ist euer Begehr? Meine heilige Pflicht. Ja? Sofort. Es ist mir eine Ehre. Die Ruhne ruft. So, Beeren sammeln, um mal Nahrung zu kommen. Ja, wir haben zwei Einheiten, die nur Holz kosten. Was praktisch ist. Das Bauwerk ist vollendet. Wir brauchen als Elf noch keine Steine mehr. Meine heilige Pflicht. Ja, auf der Stelle. Zur Stelle. Tag, Goblin. Tschüss, Goblin. Die Ruhne ruft. Meine heilige Pflicht. Sprecht. Auf der Stelle. So, rufen wir gleich nochmal fünf herbei. Die können dann Jäger werden. Die Ruhne ruft. So sei es. Was ist euer Begehr? Zum Ruhme Ahrens. Das Bauwerk ist vollendet. So, dann. Oh, eine Sägemühle wäre auch nicht verkehrt. Zum Ruhme Ahrens. Also ja, erst mal können wir die Ruhe nutzen, um uns hier aufzubauen. Das Bauwerk ist vollendet. So, fünf machen jetzt den Jäger. Zum Ruhme Ahrens. So, dann bräuchten wir... So sei es. Eine Waffenkammer. Du läufst einfach an mir vorbei. Finde ich auch niedlich. Runenkrieger, zu mir! So. Das Bauwerk ist vollendet. Das Bauwerk ist vollendet. Am besten gleich dann noch eine Waffenkammer. Dann hier am Flussufer drei Wachtürme. Also noch eine Waffenkammer. Auf der Stelle. Ja, Bogentürme kosten ein bisschen Holz. Zu Befehl. Verstanden. Oh, hier liegt auf jeden Fall was. Ich eile. Meine heilige Pflicht. Das ist nicht weit. Es ist mir eine Ehre. Die Rune ruft... Meine heilige Pflicht. So, solange wird das Holzjahr, was wir hier haben, noch reichen. Oh. Die Rune befiehlt... Wird sofort ausgeführt. Zu Befehl. Ja, die da sollten wir ausschalten. Das Bauwerk ist vollendet. Sprecht. Sprecht. Zum Ruhme Ahrens. Schließ die Reihen. Die Rune befiehlt. So. Unverzüglich. Auf dem Weg. Das Bauwerk ist vollendet. Was ihr wollt. So, jetzt brauchen wir einen Förster. Das Bauwerk ist vollendet. Sprecht. Und wir haben jede Menge Nahrungs... Jetzt. Sprech. Ich eile. Schützt mich. Rasch. Dorthin. Und ja, das ist nicht gut. Oh, das ist der Orgposten von da oben. Was ist euer Begehr? Na, der hat keinen Bock mehr, Verstärkung zu rufen. Oh. Stehe verstanden. Gut. Hier ist ein bisschen das Licht ausgegangen. Gut, dass wir den Orgposten jetzt mal los sind. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Haben wir. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Zu Befehl. Und verzüglich. Jetzt können wir anfangen, eine kleine Armee auszubilden, um zum einen... Ja, etwas mehr Holz wäre doch schön. Ja? Ja. Ja. Ja, ich baue hier jetzt nicht gerade sehr produktiv, muss ich sagen. Aber für die erste Elfensiedlung wird das reichen. Das Bauwerk ist vollendet. Was ihr wollt. Was ist euer Begehr? Sprecht. Dorthin. So. Jetzt werden wir Nahrung eigentlich nur noch zum Heilen brauchen. Oh, da kommen Koppelins. Zu euren Diensten. Zu Befehl. Auf dem Weg. Die Götter stehen uns weich. Ohne Kieger, zu mir. Was ihr wollt. Wir werden angegriffen. Stehe, wird sofort ausgeführt. Wie nett. Die Götter, 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 die